Herzlich willkommen Leon Goretzka. Um 18.47 Uhr ist der Neuzugang der Königsblauen im Trainingslager in Donaueschingen angekommen. Das Hickhack hat ein Ende und jetzt kann der Mittelfeldmann endlich auf Schalke durchstarten. Der 18-Jährige wird morgen ins Training einsteigen und im Schalker Team wird Goretzka das Trikot mit der Nummer 8 tragen. Er bestritt in der vergangenen Spielzeit 32 Partien für den VfL Bochum. Dabei gelangen dem deutschen Junioren-Nationalspieler vier Treffer und er hat auf Schalke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterzeichnet.